Musik Es gibt ganz viele schöne Momente, die man durchlebt. Musik Ich bin die Annemarie Harrand, eine der Gründerinnen und Geschäftsführerinnen der Erdbeerwoche. Musik 2,3 Millionen Bloody Wimmel. Musik Ja, so eine Administrationskappe hat drei besondere Vorteile. Genau, also absolutes Trendprodukt im Moment. Musik Das Thema Interbuisieren in unserer Gesellschaft. Because our blood is neither blue nor do we feel like dancing all the time. Runter mit der Tamponsteuer. Live von vor dem Finanzministerium. Das Demonstrationsthema muss endlich aus der Tabuecke kommen. Deswegen haben wir uns gedacht, Schluss mit Plastik. Ich persönlich, ich bin auch mit nachhaltigen Produkten schon aufgewachsen. Also ich habe auch dieses Mindset einfach von ganz klein auf schon mitbekommen. So sieht ein Biotampon aus. 45 Milliarden Hygieneprodukte, die einfach jedes Jahr weggeworfen werden. Bitte nicht in der Toilette entsorgen. Und dein Planet. Gleichberechtigung. Hier muss weltweit noch ganz, ganz viel passieren. Solange nicht jeder offen und frei das Wort Administration aussprechen kann, glaube ich, haben wir noch was zu tun. Jede Frau ist eine Heldin und kann eine Heldin sein. Uns reicht's. Absolut. Dass wir tatsächlich noch in einem Menstruationsdschungel uns befinden. Je nachdem, was für dich gerade besser passt. Besser passt? Pesser passt? Ah! Nicht Schokolade zum Frühstück, sondern Periode zum Frühstück. Bitte weg erstellen. Richtig, Bettina. In unsere Erdbe... Sag einmal. Ich kann, ich kann jetzt nicht. Okay, also. So. So, it's actually your choice. It's your choice whether menstruation remains a taboo. And whether you, your sister, your wife, or even your daughter, so the next generation, will feel ashamed about their body or see menstruation as a normal and natural part of their lives. And our vision is that one day all 2 billion menstruating women on this planet do not feel ashamed and they have a choice. Let's break this bloody taboo together. Thank you. Thank you. Thank you.